Wenn wir dieses Battle gewinnen, kriegen wir eine eigene Chance. Stellen wir eine Crew zusammen oder was? Scheiße, ja. Wenn wir eine Crew sein wollen, wer hat dann das Sagen? Na, ich. Ich sehe, du hast eine neue Crew am Start. Wollt ihr sehen, wie es richtig geht? Wieso endet das immer in einem fetten Dance-Battle? Das ist ein High-Vertum. Wie geht es? Wir gehen zurück.